So, dann bin ich wieder. Weiter geht's mit dem Rennen of Doom. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hier hin. Das hoffe ich auch. Wie fliegen die Autos rum, das ist ja unfassbar. War ja beim letzten Part auch irgendwo so. Alter, was geht. Wir fahren hier. Wo kommt der denn her? What the fuck? Was für die Hölle? Warum liegen hier überhaupt Skelette rum? Die müssen doch eigentlich Arch... Archäologo... Ich weiß das Wort nicht mehr. Oder... Archäologo... Archäologisiert. Ja. Archäologisiert werden einfach. Die Skelette. Und im Museum ausgestellt werden einfach. Endlich hier ähm... Frei... Mitten in der Panther... Ausgestellt werden. Und ähm... Dass man die einfach mal kaputt fährt einfach. Ist ja unlogisch. Ja, 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 ja. Mann! Er... Erd hasse. Und Zweiter. Zweiter, 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 Zweiter. Ich will Zweiter bleiben. Zweiter bleiben, bitte. Na gut, Zweiter will ich jetzt nicht bleiben, aber... Zumindest für diese Runde. Alter, ich muss... Ich finde auch Erster werden. Ich streng mich jetzt an. Haha, du dich anstrengen. Wie soll das denn aussehen, bitte, bei der Runde? Alter... Chill. Chill your life. Der rutscht immer so scheiße, ganz ehrlich. Ja, natürlich! Schon wieder weggecheckt worden. Ja, schon wieder! Jetzt fängt der ganze Scheiß schon wieder an mit dem Wegchecken. Meine Fresse! Kann doch nicht wahr sein. Ja, alter! Chill! Ah, der dritte Runde. Komm, 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 komm! Überhol ihn! Überhol! Ich will ihn überholen! Los! Ja! Super! Nein, nicht außer Kontrolle gerade! Ja, 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 ja! Komm, 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 komm! Ins Ziel, ins Ziel, ins Ziel! Yeah, man! Super! Boah! Alter, ey! Das ist so knapp geworden einfach! Ich wundere, dass du es überhaupt geschafft hast! So wie du gefahren bist! Ja! Alter! Ich... Boah! Ja, wir bekommen noch ein Tart eigentlich! Ähm! Ja, ich wollte dann noch eins zu Zoom anmachen! Hehehehe! Ja! So, jetzt! Ähm! Ja, Dortmund, halt, 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 ja! Pfff! Ist mir egal! So! Wir wollten, ähm... Carnage-Mood machen! Ähm! Und zwar... Bowling nicht! Oh, Bowling ist geil! Hier, Bowling, Alter! Wild Flush! Basketball! Hier ist Stone Skipping! Unnearing of Fire! Ist noch geiler! Field Goal! Skijump! So muss ich eigentlich Gold haben! Bei Dings muss ich eigentlich Gold haben, hier, ähm... Nein, 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 nein! Was, bei Curling habe ich Gold? Warum? WTF, ey! Stunt! Soccer! Dark! Ähm... Wo ist... Bowling habe ich Gold! Wild Flush! Stone Skipping! Erste Bar! Hier, Ring of Fire! Habe ich doch Gold! Mensch! Das mache ich doch... Mach ich doch nochmal! Um zu zeigen, wie das Wasser aussieht! Wie geil das Wasser aussieht! Ähm, das Ring of Fire habe ich eigentlich ganz gut! Ich hab einen Ring an meinem... Naja... Lassen wir das! Lassen wir das! Pitzig! Ah! Das war ein bisschen zu doll, ne? Cool! Das geht auch nicht! Ähm, das habt ihr nicht gesehen! Das... Ähm... So, herzlich willkommen zum Ring of Fire! Ähm... Ähm... Ja... Beim ersten Mal... Scherz! Ja... Ja, ne... Mach mal... Nein! Das war ja noch schlechter, Alter! Was... Sag mal... Wie bescheuert bin ich denn? Meine Fresse! Das liegt am Alkohol! Das kann doch nicht nur... Das kann nicht alles am Alkohol liegen! Meine Fresse! Ähm... Ah... 46... Oh... Ah... Feuerwasser! Alter! Zieht euch das Wasser rein! Zieht euch das Wasser einfach nur rein! Da kriegt man noch... Gleich Lust... In einen Freibad zu gehen! Oder in einer Schwimmhalle! Und da mal wirklich ein paar... Ähm... Ein paar Bahnen zu schwimmen! Einfach! Das ist unfassbar! Silber! Und wie schlecht! Mal das noch mal! Neu Spaß! Kostet ja auch nur die letzte Gladezeit! Ist doch gut! Ja genau! 40 Grad! Super! Na super! Ja gut! Wollt ihr halt... Ähm... Das pausier ich mal gerade! Das pausier ich mal gerade! Die sind im Wasser! Die sind im Wasser und... 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 Brennen da immer noch! Die müssen... Die müssen... Eigentlich müssen... Eigentlich müsste das ja alles grau sein jetzt! Weil es erloschen ist! Aber nein! Die brennen im Wasser immer noch! Es ist genau so eine Logik! Es ist genau so eine Logik! Wie Mario im ähm... Im Wasser leveln... So Feuerbälle schmeißen kann! Genau so eine Logik ist das gerade! Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Unfassbar! Es ist... Unfassbar einfach! Äh... Ja... Das ist... Es ist... Es ist einfach sehr... Schön! Es ist unfassbar schön! So! Wir machen den Downtown 2 noch! Zeitrennen! Oder will ich heute schon die Obvious machen? Neee! Neee! Worauf geht's? Vor allem nicht hier so viel Scheiße rum! Alter! Du... Du... Ich sag das nicht! Nein! Nein! Ja! Das hat mich abgedriftet! Natürlich! Logisch! Oh... Ja! Das ist schon voll. Das ist schon voll. Wie lange! Das ist schon voll. Es ist echt blöd. Weißt du, bei sowas darfst du keinen Fehler erlauben, weil du auch kein Nitro hast und das mit dir ausgleichen kannst, was ja bei den Entwicklern mit bedacht wurde, die Schwierigkeit zu erhöhen. Aber Alter, das ist doch krank. Ja genau! Es war 1-2, weil es... Man, ich hätte Gold schaffen können, hätte ich den Scheiß nicht gehabt, Mann. Wie will der behinderte Katja? Ja, natürlich, da war ich ja alles gut. Alter. Yay, fliegende Mülltonnen. Hashtag fliegende Mülltonnen. Vergiss es. Weil... Machst du einen Fehler hast du verloren. Bei der Sache schon. Guck dir den Scheiß doch mal an hier. Habt ihr das hier sehen? Dann machst du einen Fehler und dann bist du weggefäffert von dem Scheiß, was hier rumliegt einfach. Und dann fährst du ein... Und dann fährst du einmal so ein... Irgend so ein Kack, ey. Der... Der Kack, der... Der pfeffert dich durch die ganze Weltgeschichte, ey. Das ist unfassbar. Da merke ich die ganze Zeit schon drüber. Weil es so ist. Einfach. Es ist einfach so. Da kann auch der Reifen nichts dagegen machen. 7... 8... 9... 10... 1... 2... 4... Wegen 81 Millisekunden. Natürlich! Oh, es ist magisch! Nein, ich drehe nicht durch. Nein, ich drehe nicht durch. Nein, 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 nein. Ich bin noch ruhig. Ich geh mir nur ein neues Getränk holen. Dann bin ich wieder ganz... Ja, kommt zu. Nein, 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 nein. Nee, ich bin nicht ruhig. Nein. Ich bin immer noch der Alkohol. Der Scheiße! Ich weiß, dass man das 100 Pro gehört hat, weil der gelaufen ist. So ein Bier tut echt gut. So ein Bier tut echt gut. Prost. Alter, in jedem Video fahle ich. Was zur Hölle. Na guck dir den Scheiß doch mal an. Ich werde dir von jedem Kack weggecheckt, Mann. Wunder, dass ich mich nicht behindern. Meine Fresse, ey. Guck dir den Kack doch mal an, hier. Das ist doch nicht normal. Ja. Explodier um dein Leben. Ich kann so kotzen. Gar nicht. 50 Sekunden. Kein vier vergessen. Kein vergessen. Beine Minuten. Vergiss es. Immer ruhig bleiben. Dann will ich mal wissen, wie du ruhig bleibst. Bei dem Scheiß und das zehnmal machen musst. Will ich echt mal wissen. Also ich kann da nicht so eine Ruhe bewahren. Weil das... Ich habe da jetzt nicht so eine Ausdauer für. Bin ich ganz ehrlich. Aber das muss ich auch sagen. Hier... Hier kann ich wenigstens failen, ohne dass ich das ganze Let's Play beende. Das war ja bei... Ja, das war ja bei 4.3 ganz anders. Und... Ja. Bronze geschafft. Ja, das war ja bei 4.3... Bei 4.3 war das ja ganz anders. Oh, Alter, 17 Minuten, Alter. Fast 18, ey. Das gibt es doch nicht, ey. Alter, ich kann kotzen, ey. Läuchern. Und ich melde mich wieder, wenn ich wieder angemeldet bin. Bei, ähm, Dings. Bei... Wenn ich mich hier wieder anwenden kann. Weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Ähm, und... Dann melde ich mich wieder. Bis gleich, Leute. Na, da bin ich jetzt mal wieder gespannt hier. Herzlich willkommen... Zum neuen Part von... Let's Play. Full Adopt. Irgendwie mekanisch. Müsste aber eigentlich jetzt gehen, ne? Weil der verarbeitet jetzt nur auf dem Tuch. Und jetzt muss das ja eigentlich gehen. Warum? Was soll der Scheiß? Was ist denn das für ein behinderter Scheiß? Siehste, einmal meckern. Einmal meckern. Und dann bin ich on. Super. Ja. Habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, Leute. Dass ich das nochmal machen muss. Das mache ich das nächste Mal. Ich hätte da jetzt mal drauf. Oh. Das ist heftig hinten dran. Beim anderen. Süße Blut. Bis an Neuz.